Und da kam man auf die Idee, man nennt das Ganze Premium. Man zockt also jeden Einzelnen ein bisschen mehr ab, indem man das Angebot erhöht. Nun, nach dem, was jetzt der Präsident der Kanaren gesagt hat, ist das aber nicht so einfach. Weil auch nach Aussagen von einigen Hoteliers auf den Kanaren ist es so, dass die Mitarbeiter, die man derzeit hat, auf dem Level, den man derzeit fährt, schon nicht imstande sind. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar heute über die Kanaren und genau genommen über die Krawalle am letzten Wochenende. Massendemonstrationen gegen Massentourismus und damit genau genommen gegen euch und uns. Ja, was war passiert? Tausende gingen auf die Straße, um ihrem Unmut Lauthalsgestalt zu geben. Denn auf den Kanaren ist man der Meinung, das seht ihr hier, die Fotos sind von uns vor Ort gemacht worden. Die Kanaren sind voll und das Maß auch. Man möchte weniger Touristen, möchte mehr Geld. Und so Aussagen wie hier, Touristen oder in dem Fall hier ist von einem die Rede, er soll nach Hause gehen. Ich nehme an, das ist ein Schreibfehler. Und damit sind wir auch schon beim eigentlichen Problem. Bevor wir da ins Detail gehen, mein Name ist Chris. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr alles rund um die Schlagzeilen in Deutschland. Das, was in den Medien aufgekocht wird, das, was ihr da nicht seht. Und warum erfahrt ihr es bei uns? Weil wir da an der Quelle sitzen und unsere Meinung dazu bilden und kundtun. Ja, also kommen wir zurück auf die Kanaren. Wenn es nach den kanarischen Angestellten geht, dann möchte man das System komplett kippen. Man ist der Meinung, es sind viel zu viele Touristen, es sind viel zu viele Hotels. Und das Ganze wird so auf den Nenner gebracht. Die bösen Touristen sind hier wie die Invasoren. Frei nach dem Motto, es ist kein Tourismus, es ist eine Invasion. Stand auf Schildern zu lesen. Genauso wie das eben zitierte Tourist go home. Ja, das ist Englisch. Und da haben wir auch schon einen Teil des Problems, denn der kanarische Präsident Fernando Clavijo hat dazu etwas von sich gegeben, was eine gute Aussage ist und einen Gegenpunkt darstellt, der extrem ehrlich ist. Er sagt, und das muss mich auf der Zunge zergehen lassen, im Grunde genommen sind wir das zum großen Teil selber schuld. Er sagte zwar nicht, wir sind zu dumm, aber er sagte, wir zerstören 50% unseres BIPs selber. Das bedeutet, die Produktivität liegt bei 50%. Bedeutet, von jedem zu erwirtschafteten Euro versauen wir es uns bei 50 Cent selber. Weil wir keine Aus- und keine Weiterbildung haben, die dem internationalen Standard genügt, Tourist go home und nicht einer, sondern mehrere, dann gehört dann Plural S dahinter. Und auch, dass es so ist, dass die Vielzeiten so denkbar hoch sind. Das sage nicht ich, das sagt der Präsident der Kanaren und weist darauf hin, dass man da ansetzen sollte. Bevor man ein ganzes System ändern will, sollte man überlegen, ob man nicht in dem bestehenden System für alle Beteiligten mehr Geld verdient. Denn machen wir uns nichts vor, wir reden bei den Kanaren über den sogenannten Tertiär-Sektor. Was heißt das? Es geht um Dienstleistungen. Richtig, sobald ihr mit dem Flieger auf den Kanaren gelandet seid und selbst das ist ja eine Dienstleistung, das Dahinfliegen, der Taxifahrer, der euch ins Hotel fährt, der Rezeptionist, der euch den Schlüssel zum Hotelzimmer gibt, das Zimmermädchen, was dann das Zimmer sauber macht, der Kellner, der euch die Trinks gibt und auch die Jungs, die euch die Fahrräder oder Autos vermieten, alles Dienstleistungen. Und genau dieser Bereich erwirtschaftet so wenig Geld aus den Möglichkeiten. Ja und man hat jetzt intern auf den Kanaren sich überlegt und dieser Begriff geistert seit einiger Zeit, so durch die politische Szene, man treibt ihn wie die Sau durchs Dorf, Premium Tourismus. Was heißt das? Nun, man glaubt, dass man auf den Kanaren mehr Geld verdienen könnte mit weniger Touristen, also mit anderen Worten, ihr zieht dann Streichhölzer, jeder dritte darf noch in den Flieger und dann auf die Balearen oder auf die Kanaren und mit weniger Touristen wäre die Belastung nicht so groß, vor Ort der Stress wäre nicht so hoch und man würde dasselbe Geld verdienen. Das bedeutet aber, dass die Kühe, die man melken will, mehr Milch pro Kuh geben müssten. Mit anderen Worten, jeder Tourist müsste mehr Geld ausgeben und da kam man auf die Idee, man nennt das Ganze Premium. Man zockt also jeden Einzelnen ein bisschen mehr ab, indem man das Angebot erhöht. Nun, nach dem, was jetzt der Präsident der Kanaren gesagt hat, ist das aber nicht so einfach, weil auch nach Aussagen von einigen Hoteliers auf den Kanaren ist es so, dass die Mitarbeiter, die man derzeit hat, auf dem Level, den man derzeit fährt, schon nicht imstande sind, so zu performen, wie man sich das vorstellt. Wie soll das dann aussehen, wenn man hier versucht, die Schlagzahl zu erhöhen, den Premium-Standard einführt, denn es ist ja so, man braucht ja schließlich ein Premium-Angebot, wenn man Premium-Touristen glücklich machen will und an deren Geld will. Und da beißt sich die Katze dann in den Schwanz, denn all die, und achtet mal drauf, hier, so sah das am Wochenende aus, all die, die da demonstriert haben und gesagt haben, sie wollen weniger Touristen und das aus einem anderen Segment, die sägen an dem Ast, auf dem sie selber sitzen, denn unter Umständen ist dann, wie bei der Reise nach Jerusalem, wenn die alte Musik aufhört zu spielen, kein Platz mehr für diese Leute, weil sie zum Beispiel kein Englisch sprechen, keine andere Fremdsprache auf Lager haben und auch ungelernt nur für gewisse Aufgaben in Frage kommen, die dann bei weniger Touristen gar nicht mehr nachgefragt werden. Abschließend ist es aber auch überhaupt mal eine gute Frage, diesen Krawall und diese Unmut, die ja da ist und die ausgelöst wurde dadurch, dass die Einheimischen horrende Mieten zu zahlen haben, denn jeder Wohnraum wird derzeit über Airbnb und Booking.com angeboten. Dass es also da Ärger gibt, darauf möchte ich nochmal hinweisen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ist verständlich, nur ist das keine Lösung, wenn man dann versucht, hier das Kind mit dem Bade auszuschütten, denn Premium wird durch die Leute so nicht gewährleistet. Ja und das Letzte, was man sich dann vorstellen kann, ist, dass man die Touristen, die man derzeit hat, auch noch vor das Schienbein tritt und ihnen sagt, Leute, euch wollen wir gar nicht mehr haben, ihr seid uns nicht mehr gut genug, wir brauchen einen gehobenen Standard und da fallt ihr durchs Raster. Denn das ist nichts anderes als das, was hier verlautbart wurde und was man in der internationalen Presse aktuell lesen konnte. Und das Echo aus England, und man darf eines nicht vergessen, die Briten und die Iren sind das größte Fund, mit dem man auf den Kanaren wuchern kann. Die halten die Kanaren derzeit über Wasser. Sollte dieser Markt wegbrechen, sieht es ganz durfte aus, denn dann gehen die Lichter auf den Kanaren aus. Und genau denen hat man jetzt gesagt, man will sie nicht mehr haben, zumindest nicht mehr in der Menge. Und das Echo in der Presse in UK und Irland war fatal. Und der Widerstand wächst. Das heißt also, man hat sich zwar hier den Unmut aus der Seele geschrien bei Großveranstaltungen, hat aber offensichtlich übersehen, dass derjenige, um den es geht, das lesen kann. Selbst wenn es nur für die einheimische Presse gedacht war und man hier Druck auf die einheimischen Politiker ausüben wollte. Denn die, diese einheimischen Politiker, auch das darf man nicht vergessen, sind ja in einem höheren Maße gefordert, denn das sind Wähler. Die, die da auf der Straße sind, sind diejenigen, die sie ins Amt gewählt haben oder wieder ins Amt wählen sollen. Auf den Kanaren wurde im letzten Jahr gewählt. Es sind also noch ein paar Jährchen, bis wieder gewählt wird, aber man kann ja früh genug anfangen, hier auf Stimmenfang zu gehen. Und jetzt ist die Frage, kriegt man den Senf wieder in die Tube, weil es ist derzeit ein Scharmützel auf einem ziemlich, ziemlich unübersichtlichen Minenfeld. Und das Ganze kommt der Quadratur des Kreises gleich. Denn es ist nicht so einfach, wie man sich das am Stammtisch so vorstellt. Das hat man schon erlebt, wenn man sich denkt, weniger Touristen und alles ist gelöst. Weniger Hotels und alles ist gelöst. Das Problem ist, wenn weniger Touristen kommen, es aber dieselben sind, die bisher gekommen sind, nur davon weniger, dann ist das so wie bei Aldi. Aldi lebt davon als Discounter im Versorgungshandel, dass sehr viele Menschen mit ganz geringer Marge ihren Bedarf an Verbrauchsgütern decken. Das ist kein Erlebnishandel. Und genauso ist es auf den Kanaren und auf den Balearen. Sehr viele Menschen, die hierher in Urlaub kommen, tun das, weil sie sehr viel Urlaub für einen relativ günstigen Kurs kriegen. Das ist der Deal. Wenn jetzt der Urlaub teurer wird, dann kommen einfach weniger. Und wenn weniger kommen, dann habe ich an den wenigen Leuten genau dieselbe Wertschöpfung. Und das will unterm Strich nun wirklich keiner. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bucht euren Urlaub und vielleicht sehen wir uns. Nos vemos. Bis dann. Ciao von au. Euer Chris. Bis dann.